Ja, moin und herzlich willkommen mit diesem Video auf diesem Kanal von mir, Norbert Giesow. Dieser Kanal heißt Astrologie und Spiritualität und die Themen sind aus diesen Bereichen auch aus der Psychologie. Ja, und heute möchte ich mal so ein paar Hinweise geben zur Partnerwahl. Vor allem Partnerwahl astrologisch? Wie bei allen Dingen gilt auch bei der Partnerwahl, erst besinne ich es, dann beginne ich es. Also ich denke, viele von euch, viele von uns sind vielleicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner. Und im Gegensatz zu vielen anderen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, die oftmals, nicht immer, aber oftmals auf rationalen Beweggründen beruhen, ist bei der Partnerwahl oftmals nur das Gefühl oder der Impuls wichtig. Und da müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen dem, was uns spontan gefällt oder anspricht, und dem, was wir eigentlich wirklich in unserem Leben haben wollen. Beispiel, ich gehe in den Supermarkt und will mir was zum Mittag einkaufen. Und dann kann es sein, dass ich besonders die Vollmilchschokolade attraktiv finde. Aber ist es dann wirklich so gut, mich mittags mit Schokolade zu ernähren? Oder sollte ich eher sagen, ich suche mir was Gesundes raus, wo ich dann auch satt von werde und wo ich was auch nachhaltig isst? Und ähnlich ist es bei der Partnerwahl. Bei der Partnerwahl, und da hängt es natürlich, wie ich sagte, erst besinne ich es, dann beginne ich es, hängt es natürlich ganz stark davon ab, erstens, in welchem Alter bin ich, zweitens, in welcher Lebenssituation bin ich, drittens, wozu möchte ich eigentlich einen Partner, egal welchem Geschlecht, einen Partner, eine Partnerin haben? Was verspreche ich mir davon? Worum geht es mir? Ja, und das sollte man sich erstmal vorüberlegen. So wie, wenn man sich ein neues Auto kauft, ja, sich vielleicht auch überlegt, ja, ich hätte Bock auf einen Sportwagen, kann ich mir aber nicht leisten. Oder selbst wenn ich es nicht mehr leisten kann, ist unpraktisch. Oder wo soll ich meine fünf Kinder unterbringen? Etc., etc. Und dann überlegt man und fällt eine rationale Entscheidung. Oder auch, die wenigsten Menschen werden sich ein Auto kaufen, nur aufgrund der Farbe oder des Aussehens. In der Partnerwahl machen wir das aber. Wir verlassen uns dann auf unser Glück, wir haben unser Bauchgefühl, die Hormone springen an, wir sind attracted, wir finden jemanden attraktiv, wir finden jemanden toll und fühlen uns von ihm oder ihr angezogen. Und im Nachhinein merken wir dann, dass diese Attraktionen, die vielleicht hauptsächlich so auf das Äußere ausgelegt waren, sein oder ihr Aussehen oder der Charme oder die Ausstrahlung oder wie so die ersten Treffen so laufen, dass das meistens wenig bis gar nichts aussieht, sagt darüber, ob da nachher eine Beziehung daraus wird und ob diese Beziehung überhaupt kompatibel ist und funktioniert. Wie Beziehungspsychologen sagen, wie zum Beispiel Hemmschemeyer, ist es so, dass die Partnerwahl oder beziehungsweise die funktionierende Beziehung und die Partnerwahl diese beiden Pole haben zwischen Kontabilität, also wie gut passen wir zusammen, und Attraktivität. Und diese beiden Pole müssen irgendwo ins Gleichgewicht gebracht werden. Ja, wie kann uns dann dabei die Astrologie helfen? Zum Ersten sollten wir uns ganz klar darüber sein, dass je weniger Informationen und Wissen wir über die Astrologie haben, umso weniger Nutz bringen können wir die für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Partnerwahl, überhaupt einsetzen. Also wenn mir bewusst ist, jeder hat ein Sternzeichen, damit meinen wir ja das Sonnenzeichen, das heißt, wir meinen damit das Sternzeichen, wo zum Zeitpunkt der Geburt die Sonne stand, dann sind wir Widder oder Steinbock oder Krebs. Und dann gibt es ja in der Populärastrologie, gibt es ja dann dieses, dass vor allem die Zeichen gleichen Elemente gut zusammenpassen, ja, das heißt, einer Waage werden dann die anderen beiden Luftzeichen Zwillinge oder Wassermann vorgeschlagen oder einem Stier die Erdzeichen Stier und Jungfrau. Das ist allerdings, sage ich mal, falsch bis irreführend, weil das im Grunde sehr, sehr wenig nur aussagt. Denn die Sonne ist ja nur ein Faktor im Horoskop. Gerade, wie wir gleich sehen werden, ist für meiner Meinung nach auch für eine funktionierende Beziehung der Mond essentiell, aber auch die beiden Beziehungsplaneten Mars und Venus für die weiblichen und männlichen Anteile, die natürlich jeder von uns hat und natürlich auch der Merkur, also die Kommunikation. Es gibt psychologische Untersuchungen, die sagen, dass 90% aller Probleme in Beziehung sich auf eine mangelhafte Kommunikation zurückführen lässt. Also sehr, sehr wichtig, dass man miteinander kommunizieren kann. Klar, am Anfang einer Beziehung, wenn die Hormone hochschießen und wir im Liebestaumel sind, dann fallen uns solche Dinge wenig auf. Dann kann man zuerst über alles sprechen. Dann scheint alles kompatibel zu sein. Aber meistens schon nach drei Monaten, sechs Monaten, spätestens nach einem Jahr wird eben offensichtlich, dass das getäuscht hat, dass die Honeymoon-Tage getäuscht haben und dass ich ja gar nicht so gut mit meinem Partner reden kann oder wir ganz andere Auffassungen haben, wie wir die Dinge verstehen. Und natürlich auch der Aszendent. Der Aszendent, an den sich ja die Häuser anschließen, die für bestimmte Lebensbereiche stehen. Der Aszendent ist ja so unsere Lebensausrichtung. Und irgendwo sollten ja auch die Lebensausrichtungen zusammenpassen. Wenn da eine Mensch irgendwie eine große Lust hat auf Konsumieren und sich viele schöne Dinge kauft oder sammelt und der andere ist eher auf dem Rückzug und minimalistisch unterwegs, dann kann das in der Beziehung durchaus Probleme nach sich ziehen. Zurück zur Sonne. Die Sonne im Horoskop sagt ja viel aus über unser Verhalten, unser Handeln. Die Sonne bringt es an den Tag, sie setzt die Dinge um. Die Sonne muss dann die Dinge in die Wirklichkeit bringen. Und natürlich ist es vorteilhaft, wenn die Sonne von mir und meinem Partner oder meiner Partnerin, wenn das nur nicht extrem entgegengesetzt ist. Andererseits kann man mit Handlungen, die unterschiedlich sind, durchaus leben. Denn beispielsweise, ich möchte jedes Jahr ans Meer fahren und meine Partnerin möchte jedes Jahr in die Berge fahren. Wir möchten also die Dinge anders verwirklichen. Wobei noch nichts darüber gesagt ist, welche Emotionen eigentlich dahinter stecken. Da kann man sicherlich Kompromisse finden. So, dann fährt man halt das eine Jahr ins Meer und eins in die Berge oder man macht mal getrennt Urlaub. Das ist jetzt ein Konflikt, ein nach außen getragenes Problem oder ein Konflikt, der durchaus zu lösen ist. Da ich ja schon fast 40 Jahre lang Astrologie mache und auch Menschen berate, ist es so, dass mit der Zeit praktisches Wissen, also Erfahrungswissen, manchmal, wie soll ich mal sagen, wirklichkeitsnäher ist als theoretisches Wissen. Und meine Erfahrung ist, dass es vor allem darauf ankommt, bei einer Partnerwahl, auch in allen anderen Beziehungen natürlich, aber für eine funktionierende Beziehung, dass die Monde zueinander passen. Also wir haben ja nicht nur eine Sonne im Horoskop, sondern auch einen Mond. Das Problem bei dem Mond ist, dass er sich in 29 Tagen einmal durch den Tierkreis bewegt. Was bedeutet, er ist immer zwei bis drei Tage in einem Tierkreiszeichen. Das bedeutet, wenn wir nur den Tag, nur den Geburtstag von jemandem haben, dann kann es durchaus sein, dass der Mond an dem Tag das Zeichen wechselt und wir ohne genaue Geburtszeit nicht wirklich wissen, in welchem Zeichen der Mond steht. Das heißt, für eine genaue Position des Mondes im Horoskop brauchen wir die genaue Geburtszeit oder zumindest den Aszendenten, weil von dem kann man dann rückwärts rechnen. Ich finde es auch, wenn man dabei ist, jemanden zu daten oder mit jemandem in Kontakt kommt, finde ich, ist im Grunde eine wichtige Eigenschaft dabei, dass man von Anfang an eigentlich die Karten auf den Tisch legt. Also nicht alles offenbart, dann wird man ja vielleicht ein bisschen langweilig, aber dass man so die Karten auf den Tisch legt. Und wenn ich mich für Astrologie interessiere und ich mich für Astrologie so weit interessiere, dass ich sie sogar, und ich halte das für durchaus sinnvoll, zur Analyse einer Partnerwahl oder zum besseren Verständnis meiner Beziehung heranziehe, warum soll ich das dann verbirgen? Wenn ich irgendwie sonstige extreme Eigenschaften habe, ist es doch besser, ich packe die gleich auf den Tisch, als dass es dann in der Beziehung rauskommt und es vielleicht daran zerbricht. Das heißt, wenn ich auf jemanden treffe und ich sage, Mensch, ich würde gerne wissen, wo dein Aszendent ist oder wo dein Mond steht, weil ich interessiere mich für Astrologie und ich möchte mir ein Bild von dir machen und jemand da sozusagen nur mit Abwehr reagiert, ist das vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass hier eine gewisse Inkompatibilität vorliegt. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, Astrologie ist ja auch inzwischen wieder ein bisschen mehr hochfähig geworden, auch wenn es viele Leute, wie auch manche schwachsinnigen Sendungen im Fernsehen gibt, wo Leute, die eigentlich keine Ahnung davon haben, sie verdammen. Ich finde es immer richtig, dass man Dinge durchaus für sich sagen kann, das ist für mich nichts, aber dann sollte ich das erstmal geprüft haben. Woher weiß ich, dass ich keinen Spinat mag, wenn ich ihn nicht mal probiert habe? Und Astrologie sollte man, bevor man sie ablehnt, zumindest einen Blick mal hineinwerfen. Und viele Beispiele kenne ich, wo Menschen die Astrologie abgelehnt haben und nachdem sie eine Beratung bei mir hatten oder ein bisschen tiefer reingeschaut haben, ihre Meinung sehr schnell geändert haben. Auch wenn es natürlich Grenzen wie die Astrologie gibt, denn das Leben ist immer mehr als die Astrologie. So, zurück zum Thema, der Mond. Der Mond ist ja unser Gefühl. Das ist das, womit wir uns viel mehr innerlich identifizieren, als beispielsweise mit der Sonne. Und wir sagen zwar, ich bin Stier oder Krebs und verhalte mich auch so, aber wie fühle ich mich, wenn ich mich verhalte? Und dieses Gefühl und auch die Sehnsüchte und die Begierden und die Wünsche und so weiter, die ich habe, das Bedürfnis, was ich mit mir herumtrage, das zeigt sich vor allem über die Mondstellung im Horoskop. Natürlich nicht nur, für die, die ein bisschen tiefer schon in der Astrologie sind, natürlich nicht nur, in welchem Zeichen der Mond steht, sondern auch in welchem Haus und in welchen wichtigen Aspekten er zu anderen Planeten steht und natürlich auch das Verhältnis von Sonne und Mond miteinander. In welcher Mondphase bin ich geboren? Aber das sind dann ergänzende Dinge. Man kommt schon relativ gut weiter, wenn man halt das Mondzeichen kennt, weil, wie gesagt, wenn wir einen, wie ich schon sagte, wenn wir einen äußeren Konflikt haben, können wir den lösen. Wenn aber der Gefühlshaushalt, wenn unsere Emotionen, wenn die Art und Weise, wie ich emotional mich, das Leben sehe und ans Leben herangehe, mit dem meines Partners überhaupt nicht zusammenpasst oder sogar entgegengesetzt ist, dann werde ich über kurz oder lang Probleme in der Beziehung bekommen. Letztlich ist natürlich immer die Möglichkeit, eine Beziehung zu führen, hängt natürlich immer vom Bewusstsein ab, von der seelisch-geistigen Entwicklung. Je unbewusster ich bin, desto weniger kompromissbereit bin ich, desto weniger bin ich bereit, dazu zu lernen oder auch mal zurückzustehen. Denn es muss uns klar sein, wenn wir alleine sind, können wir alles bestimmen. Wenn wir in der Beziehung sind, allein wenn wir schon zu zweit unterwegs sind, müssen wir immer Kompromisse machen und in der Beziehung auch. Das sind halt zwei Menschen. Und wir werden kein Horoskop finden oder kaum ein Horoskop finden, wo es nicht Spannungsaspekte gibt. Und logischerweise ist es so, wenn ich dann zwei Horoskope wie in einem Beziehungsvergleich zusammenpacke, dass das nicht weniger Spannung geben kann, weil wir haben nicht nur die Spannung des einen und des anderen Horoskops, sondern auch Spannung zwischen den Horoskopen. Das soll ja auch so sein, weil wir sollen ja auch dazulernen. Wir sollen ja unser Bewusstsein und unseren Horizont erweitern. Und dazu sind Beziehungen eben auch nutzbringend. Und diese Mondstellung, die ist dann eben sehr entscheidend, was ich mir wünsche und wie ich fühle. Und wenn die nicht zusammenpassen, kann es schwierig sein. Und wenn die zusammenpassen, hat man immer schon mal eine gute Basis. Achtet mal darauf, wenn ihr selber euer Mondzeichen kennt. Beispielsweise habt ihr den Mond im Widder, also in einem Feuerzeichen. Wie es euch geht mit anderen Menschen, die auch den Mond in einem Feuerzeichen haben. Da hat man oft schon so einen emotionalen Gleichklang. Während wenn ihr zum Beispiel einen Feuermond auf einen Wassermond trifft, also einen Mond im Krebs, Skorpion oder Fischen, dann kommt Feuer und Wasser zusammen. Extrovertiert und introvertiert. Unterschiedliche Reaktionszeiten. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, wenn ich jetzt alle Kombinationen der Monde miteinander vergleichen würde. Das sind dann ja auch 12 mal 12, also 144 Kombinationen, die da möglich sind. Kann ja auch sein, Mond im gleichen Zeichen. Aber darauf zu achten, kann schon mal ganz wichtig sein. Und das ist ja so, bei der Partnerwahl. Da nochmal zurückzukommen drauf, ist es ja so, die meisten Menschen, gerade wenn wir jung sind, gehen wir nur nach dem Äußeren. Das Aussehen, wie ich schon sagte und so weiter. Aber das sagt nichts über die Beziehung aus. Ich sollte mir schon einmal, bevor ich überhaupt in den Datingprozess gehe, überlegen, was für ein Mensch bin ich eigentlich? Und was erwarte ich mir von einer Beziehung? Das sind so grundsätzliche Fragen wie, will ich Kinder oder bin ich schon zu alt wie Kinder? Könnte ich damit leben, dass der Partner Kinder mit in die Beziehung bringt? Wie sieht es aus mit meiner Wohnsituation? Möchte ich lieber alleine wohnen bleiben, was ja alles völlig in Ordnung ist? Oder wünsche ich mir, mit dem Partner zusammenzuziehen? Bin ich eher ein Stadt- oder ein Landmensch? Wie wichtig ist mir das? Wie viel Zeit möchte ich mit meinem Partner verbringen? Gibt es, möchte ich vielleicht, dass mein Partner immer um mich herum ist, dass ich sozusagen jeden Abend oder jeden Tag mit ihm verbringe? Oder bin ich auch ein Mensch, der auch Freiraum für sich braucht und andere Dinge tun möchte, auch ohne meinen Partner? Wie wichtig sind mir gleiche Interessen? Beispielsweise, wenn ich sehr sportlich bin, sollte mein Partner auch sportlich sein oder ist mir das nicht so wichtig? Oder was am Anfang oftmals wenig Rolle spielt, ist meine Weltanschauung. Wenn ich beispielsweise sehr religiös bin oder ich bin Atheist oder ich schule mich auf einem spirituellen Weg, also ich meditiere regelmäßig oder fahre sogar zu Retreats. Wie ist es mit meinem Partner? Sollte er zumindest der Sache tolerant gegenüberstehen oder wünsche ich mir sogar, dass er vielleicht mitkommt auf ein Yoga oder ein Meditationsseminar etc. etc. Das sind alles so Themen. Und alle diese Themen, ob er mit mir zusammenwohnen will, ob wir Kinder haben wollen, wie die finanzielle Situation ist, ist ja auch ganz wichtig. Also wie stehe ich finanziell da? Brauche ich eine Partnerschaft oder einen Partner, um mich finanziell besser zu stellen? Oder bin ich unabhängig? Wie wichtig ist mir das Ansehen oder der Verdienst des Partners? Alles so Fragen, die man für sich im Vorfeld mal vielleicht aufschreiben sollte und klären sollte, wobei wir schon auch, sage ich mal, uns da nicht zu eng halten sollten, weil dann bleibt nachher keiner mehr übrig. Aber so die wichtigen Punkte mal zu sortieren. Und all diese Punkte, oder wie entwickelt sich auch langfristig ein Gefühl zwischen uns? Was ist mir eigentlich wichtiger? Ist mir eigentlich wichtig, dass ich irgendwie, wenn ich mit meinem Partner in den Raum komme, dass ich in Feuer stehe, vor Verlangen und Begierde? Oder ist es mir wichtiger, dass wir uns gut verstehen, dass wir Partner sind, dass wir Gefährten sind? Das sind natürlich Fragestellungen, die in einem unterschiedlichen Alter unterschiedlich bewertet werden in der Regel. Aber all das darüber sagt das Aussehen, die Größe, die Haarfarbe, die Figur und das Gewicht von jemandem sagt über diese Dinge eigentlich wenig aus. Und deswegen sollten wir auch dem ersten Impuls nicht so viel Raum geben, wie ich es vorhin mit der Schokolade gesagt hatte. Oder so kaufe ich ein Notebook, weil es schön rosa ist oder kaufe ich ein Notebook, weil es gute Werte hat. Das sollte man durchaus mal überlegen. Und ich finde es auch überhaupt nicht verkehrt, wenn man auch in eine so emotional besetzte Geschichte wie Partnerschaft oder Partner, weil wenn man da trotzdem auch seinen Verstand einsetzt, da, wo er nutzbringend ist. Ich denke, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Das sollten hier nur ein paar kleine Anregungen sein. Wenn ein größeres Interesse besteht, das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, dann hätte ich durchaus Lust, zu diesem Thema nochmal speziellere Videos zu machen. Und natürlich auch, weil ich immer wieder angesprochen werde, es gibt ja hier auf meinem Kanal schon sehr viele Videos und ich habe über die Jahre auch schon viel über bestimmte Themen gesprochen. Und wenn ihr meinen Kanal aufruft, dann könnt ihr da direkt in dem Kanal bei YouTube suchen. Und wenn ihr in den Suchfeld bestimmte Worte eingibt jetzt, wie Mondknoten oder Karma oder Venus oder Mars oder Beziehung, Thema Beziehung, dann werden auch Videos schon euch angezeigt werden, wo ich vielleicht schon über diese Themen auch mal gesprochen habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch einige andere Themen zu verschiedenen Themenbereichen im Petto. Ich wünsche uns allen eine gute Zeit, viel Erfolg bei der Partnerwahl, wenn ihr gerade auf Suche seid. Natürlich lässt sich die Astrologie auch auf bestehende Partnerschaften anwenden. Das wäre aber nochmal ein anderes Thema. Alles Liebe für euch und tschüss. 。 Tschüss. Tschüss.